Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Die Gelbe, Die Zierhohn und wir sind immer noch in der Höhle auf dem Weg nach Azurias City und ja, wir haben Pikachu dabei, ne Pikachu? Pikachu! Pikachu, so, dann gehen wir mal weiter und ein wildes Pokémon und es ist Zubat, alter, ernsthaft. Aber Speed ist schon Level 17, den, also sie müssen wir jetzt nicht weiter trainieren, also vorerst. Dann nehmen wir einfach mal Taya an erster Stelle, ein bisschen Ordnung hier bringen, weil die Unnötigen sind irgendwie ziemlich weit oben, so. Gehen wir mal weiter, gucken, ob hier noch irgendwas liegt, ob man hier noch irgendwas snacken kann. Ah, ein ganz harter, ich weiß, dass es da weiter geht und was finden wir? Einen Mondstein. Mondstein, den benötigen wir, um Pipi weiterzuentwickeln, zu Pixi, aber ob wir hier einen Pipi zu sehen kriegen, ist eher fraglich. Oh, man. Oh, zur Abwechslung mal ein Zubat. Level 11. Wenn du es überlebst, dann fange ich dich. Okay, alles klar. Gut, dann muss man ganz kurz mal hier an meinen iMac mal kurz auf die Abonnentenliste gehen. Zubat. Nach wem benennen wir dich denn? Du wirst kein Teammitglied, also werde ich dich einfach mal... Ja, wie nenne ich dich denn jetzt? Ah. Es ist die Frage, wie benenne ich dich jetzt? Ich weiß, war euch ziemlich ätzend, äh, macht euch mal ein Fang des Pokémon, aber schon mal, so. Ähm, machen wir es mal anders. Abonnenten, so. Ja, ja, Zubat wurde gefangen, ein neuer Eintrag in Pokédex, das kennen wir ja schon. Ja, ja. Zubat, Fledermaus, Größe 0,8 Meter, Gewicht 7,5 Kilo. Dieses Pokémon stößt während des Fluges Ultraschalllaute aus, um Hindernisse zu orten. Möchtest du einen Filznamen geben? Yo! So, und wir machen es einfach mal, sortieren wir das einfach mal nach, nach Abonnenten, die ältesten zu erst. Das heißt, die mich am längsten abonniert haben, werden jetzt einfach mal verewigt. So. Wen haben wir denn da? Natürlich derjenige, der auch mich nicht wieder sehr abonniert hat, ne? Ist ja ganz klar. Ähm, da ist schon mal keiner bei. Ah, hier. Na gut, dann nenne ich dich einfach mal hier, der Abonnent heißt Devrim Dink. Ja, und ich nehme das Pokémon einfach mal Devrim. Äh, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Falls nicht, ähm, kannst du mich ja in den Kommentaren korrigieren. So. Devrim. Und Dink passt leider nicht mehr rein, deswegen Devrim. Er wird auf den PC übertragen. Sehr schön. Sehr schön. So. Wir gehen aber erst durch diese Leiter nach oben. Und gucken, was wir hier so finden. Eine weitere Leiter. Und eine sehr zielichtige Person da unten, die anscheinend ein Item bewacht, das wir uns um uns jetzt nehmen. Es ist TM01. Und TM01 ist... Äh, Megaheap. Nicht schlecht. Wollen wir irgendeinen beibringen? Speedy ist eh schon so stark. Äh, komm, Pikachu. 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 Ja, ja, ja. Laber dich nicht mit. Komm schon. Solche Attacke soll vergessen werden. Ähm, Doppelteam finde ich ziemlich unnötig. Deswegen Megaheap. So. Pikachu wird immer stärker, stärker und stärker. So. Hey, du. Wir drehen hier ein dickes Ding. Mach dich vom Ackercleaner. Ähm, okay. Team Rocket. Möchte kämpfen. Oh Gott. Ein Team Rocket Mitglied. Oh nein. Jetzt schickt Zubat in den Kampf. Oh nein. Wir sind am Arsch. Natürlich nicht. So, Taya. Gib dein Bestes. Wir hätten jetzt am besten Pikachu an erster Stelle. Egal. Schnabbel. Blutsauger. Das wird uns fast nichts abziehen. Ein KP. Damit kann ich leben, Alter. So. Schnabbel. Und tschüss. Tschüss zu Watt. So. Team Rocket setzt Rettern ein. Komm, wir Rettern nehmen wir doch einfach mal... Wie wär's mit... Ähm... Pikachu. Probieren wir einfach mal Pikachus neuen Megaheap aus. Megaheap Pikachu. Pikachu. Und der haut megamäßig rein. Voll Treffer. Gut gemacht, Pikachu. Du bist ne harte Nuss, Kleiner. Ich weiß. Wenn du ein Fossil hast, gib es her und verschwinde. Äh... Ganz sicher nicht. Aber okay. Hier findet man nur TM01 Megaheap und diesen Team Rocket Rüppel. Und ein nerviges Zuwatt. Wie immer. Weißt du was? Wenn du gehst mir voll Hardcore auf den Sack, ja? Hau bloß ab, Zuwatt. Ah, Mann. Ey! Alter Pipi. Das ist extrem selten. Oh, shit. Oh, shit. Das ist mega selten. Bitte bring es nicht um, Taya. Stopp, 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 Taya. Oh, Gott sei Dank. Okay, alles klar. So, Pipi sieht für mich nach einem weiblichen Pokémon aus, als ich musste mir jetzt eine weiblichen Abonnenten raussuchen. Eine weibliche Abonnentin. Entschuldigung. So, wer ist denn weiblich? Ähm... Das hat nicht funktioniert. Na gut. Gut, dann müssen wir ganz kurz mal wechseln. Mal kurz zu Pikachu. Pika! Was hältst du aus, Pikachu? So, mach einfach mal eine schöne Donnerwelle. Erhöht nämlich die Chance, das Pokémon zu fangen. Enorm. Aua. So, Item-Pokémon los. Yes, Mann. Wunderbar. Pipi wurde gefangen. Ein sehr seltenes Pokémon. So, dann gucken wir mal. Ein neuer Eintrag im Pokédex. Ja, ja. Pipi. Es ist ein Feen-Pokémon. Aber zu der Zeit gab es noch keine Feen-Klasse. Also hier noch ein normales Pokémon. Größe 0,6 Meter. Gewicht 7,5 Kilogramm. Dieses seltene Pokémon hat wegen seines Aussehens und seiner Verspieltheit viele Bewunderer. Möchtest du Pipi einen Spitznamen geben? Klar. Jetzt muss man ganz kurz mal nach einem weiblichen Abonnenten suchen. Das Abonnentin. So, da bin ich wieder. Und da habe ich auch jemanden entdeckt. Eine weibliche Abonnentin. Und zwar Jessica Brett. Deswegen werde ich dieses Pokémon Jessie B nennen. Ja. So. Wo ist J? Da. Ich hoffe, das ist okay. Oder Dann nenne ich sie Jessica B. Ich nenne sie einfach Jessica. So. Du bist Jessica Brett. Du bist jetzt ein wunderschönes, kleines, knuffiges Pipi. Yes. Jessica wurde auf den Gast-PC übertragen. Ja, ja. Das kennen wir ja schon. So. Dann gehen wir weiter. Haben wir tatsächlich noch ein seltenes Pipi erwischt. Krass. Geiler Part. Feiere ich gerade extrem. Und ein Zubart, ne? Nein, ein Kleinstein. Ein Kleinstein könnten wir auch gebrauchen. Aber nee. Wir werden noch oft genug die Gelegenheit bekommen, einen Kleinstein zu fangen. Genauso wie Zubart. Aber Zubart haben wir ja schon gefangen. So, das haben wir schon. Jetzt muss ich ganz kurz das Pokémon tauschen, weil da vorne ist ein Wanderer. Und der setzt Gestein-Pokémon ein. Und dagegen hat Phil, Pikachu und Taya keine Chance. Äh, deswegen ist die einzige Möglichkeit, auf die wir zurückgreifen können, die gute Speedyasmin. Alter Mann! Oh, Zubart, ey. Du bist schon ein ziemlich hardcore nerverndes Pokémon, Zubart. Mann, Mann, Mann. Hi. Hilfe! Überfall! Du bist ja nur ein Kind! Was heißt, ich bin ein Kind, Alter? Ich bin schon zwei Köpfe größer als du, du kleiner Fettsack. Okay, dafür gehst du aber mehr in die Breite als ich. Ja, ja. Kleiner Wanderer, Kleinstein. So, mit einem Fußtritt, ähm, kicken wir diesen Wanderer wieder zurück auf den Mond. Weil da kommt er anscheinend her. So, natürlich sehr effektiv, ist ganz klar. Ach, immer diese Trainer, die 10.000 Mal dasselbe Pokémon auf dem selben Level haben. Naja, daran muss man sich ja leider gewöhnen. Alter, Speedy, was machst du? Aua. Fußkick. Schon wieder? Äh, Speedy, was machst du? Geht doch. Mann, warum nicht gleich so, Mädchen? So. Und noch ein Onix. Zum guten, krönenden Abschluss ein Onix. Äh. So, hier, Kick. Zack. Take that, bitch. So. Onix wurde gesiegt und Speedy hat mal ein paar EP bekommen. Wow, du hast mich total überrumpelt. Ich bin einfach noch stärker als du, Fettsack. Hier ist kein Spielplatz. Zieh leide, Kleiner. Alter. Pikachu, los, Donnerblitz auf diesen kleinen, fetten... Ach, fick dich. So, jetzt sind wir aber mal wieder... Ein bisschen ändern. Taya muss noch aufsteigen. Äh, Phil auch. Komm in den Phil nach vorne. So, aber erstmal... Weil sie... Sie hat zwar vergeigt, aber trotzdem kriegt Speedy einen Trank. Und natürlich unser kleines, süßes Pikachu kriegt auch einen Trank. Ein bisschen aufpassen mit den Tränken. So, Pikachu. Das findest du bestimmt gut, oder? Tikatou. Ach, knuffig der Kleine. So. Ein langer Gang. Ja, ja. Ja, ja. So, hier geht's ja auch nach oben. Nein, hier geht's nicht nach oben. Aber es geht nach rechts und hier runter. Und wie ihr seht, sind da wieder Team Rocket-Rüpel. Hey, was geht? Geh, Erwachsene. Geh, Erwachsene, nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Was hast du da gerade gesagt, Junge? Was hast du da gerade gesagt? Kannst du das vielleicht nochmal wiederholen? Ja. Sei nicht so frech, du kleiner Mongo, ey. So, Phil. Oh. Radfratz gegen Radfratz. Hyperzahn, los! Ich weiß, es ist deinesgleichen, Phil, aber egal. Weg mit dem. Und tschüss. One Hit. Wunderschön, Phil. Ich bin stolz auf dich. Ein Zubat. Das ist noch ein Fall für Pikachu. So, komm her. Ach, Zubat, Alter. Pika! Donnershock, Pikachu! Wunderschön gemacht, Pikachu. Wunderschön. Nicht so wie Zache, der kleine Penner, der immer gesagt hat, nö, nö, nö. So, wir haben ihn besiegt. Ich bin sauer. Ja, kannst du mal sehen, ne? Schon lange vor den Menschen haben Pokémon hier gelebt. Ja, wunderschön. Wunderschön. Interessiert mich nicht die Bohne. Gehen wir einfach mal weiter. Din, 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 din. Din, 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 din. So. Oh, Zubat. Natürlich. Fehlt der Zubat auch nervig? Ja, garantiert. Alter, ganz kurz mal gespeedet und ein Pipi. Das gibt aber gute Erfahrungspunkte für Phil. So, noch ein Hyperzahn. So. So, 106 Erfahrungspunkte sind gut für Phil. Ganz kurz mal ein bisschen speeden, damit der Weg nicht so lang ist. So. So. Zubat bestimmt. Nein, Pipi. Aber du gehst mir jetzt nicht auf die Nerven. Ja. Jetzt könnt ihr euch... Schreibt ihr gerade in die Kommentare. Ey, Pipi kommt so oft, das ist kein seltenes Pokémon. Ja. Ich weiß auch nicht, woran es gerade liegt. Wer bist du, Alter? Und was machst du hier ganz alleine? Und was ist das da vorne? Hm. Das erfahren wir erst im nächsten Part. Nein, natürlich nicht. Hä? So, komm. Stopp! Hände weg! Wer zuerst kommt, malt zuerst. Die Fossilien gehören mir. Das liegt aber auch nur du, Alter. Und ein Streber wieder. Ja, ja. Und ein Slimer. Hey, Slimer. Ein Gift-Pokémon. Hyperzahn. Phil. Das war gut, Alter. Autsch. Tackle wird... Äh, Tackle benutzen wir sowieso nicht. Ruckzuckib. Und tschüss, Slimer. Voltobal. Ähm, da bleiben wir einfach mal bei Phil. Phil ist nämlich ziemlich stark. Und? Hyperzahn. Äh? Ja, ja, okay. Wird nicht blockiert. Okay, ich dachte gerade schon... Wow. One-Hit, Alter. Phil, Mann. Du bist einfach nur grandios. Und du steigst auf Level 17 auf. Mann, Alter. Super. Wie ich dich gerade feiere. Und Smogon kommt. Dann ist es dein Fall für Taya. Aber Taya muss ja auch aufsteigen. Ähm, da bist du, Taya. Schöne Grüße an dich, Isabel, ne? Übrigens. Weil du bist ja Taya. So. Taya. Nach einer Schnabel-Attacke. Normal, effektiv. Okay, alles klar. Oh, oh. Nicht vergiften, nicht vergiften. Gut. Schnabel, Taya. Wird ein längerer Kampf? Egal. Aber das ist ein bisschen spannender. Los, Taya, Schnabel. Das hat getroffen. Und? Ganz knapp. So, Taya. Letztes Mal Schnabel und Smogon ist Geschichte. Ja, Streber, hast du mich gehabt? Na gut. Ich gebe dir eins ab. Okay, welches nehmen wir? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Möchtest du ein Helix-Fossil? Nein, Helix-Fossil. Ähm. Nicht. Ich nehme das Dom-Fossil. Aber Dom-Fossil müsste, glaube ich, Kabuto sein. Und ich finde Kabuto besser als Ammonita. Es tut mir leid. Also, wir halten das Dom-Fossil. Aber das können wir erst später abgeben und zu Kabuto machen. Leider. Pikachu springt kurz. Okay, dann gehört das hier mir. Ja, have fun damit. Sieht zwar aus wie eine Lakritz-Schnecke, aber hey. Egal. Hier gibt es leider nichts mehr. Bleib auf der Stelle stehen! Oh mein Gott. Team Rocket. Es ist Jesse und James. Das, was hier gehört. Team Rocket. Gib lieber auf und bekämpfe uns nicht. Ja. Jetzt wisst ihr... Und diese beiden tauchen nur in der gelben Edition auf, ne? Jesse und James möchten kämpfen. Geil. Feiere ich gerade ein bisschen. Deswegen finde ich die gelbe Edition einfach cooler als die... Blau und rote und grüne Edition. Los, Hyperzahn, Phil. Geil. Haha, ist ausgewischen. Noch ein Ruck-Zuck-Heep und Rettern ist Geschichte. Gut gemacht, Phil. Gut gemacht. 186 EP. Und Mautzy kommt. Naja, klar, Mautzy, ne? Team Rocket und Mautzy. Ähm, dann nehmen wir... Taya ist angeschlagen. Nehmen wir Pikachu. Los, Pikachu. Das ist doch mal ein episches Duell, oder? Pikachu gegen T-Rockets. Mautzy. Mautzy kann eigentlich reden, aber egal. Komm, los, Pikachu. Donnerschock. Oh. Ähm, aua. Pikachu, los. Donnerschock. Oh, shit. Bist es übel. Oh, shit. Los, Pikachu, los. Uns bis zur Geschichte. Gut gemacht. Das war... Der Volltreffer hätte ein bisschen früher kommen können. Egal. Und noch Smogon. Oh je, das schafft Pikachu nicht mehr. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal... Äh, ja. Scheiße. Ähm. Komm, Speedy. Du machst das. Los, Speedy. Fusskick. Nein. Mann, Alter. Ernsthaft. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Fusskick. Ach nee, ist der gar nicht effektiv? Ach, idiot. Aber egal. Er ist ausgeglichen. Karateschlag. Okay. War daneben, Alter. Daneben. Und Karateschlag, Speedy. Und tschüss. Und Speedy erreicht schon Level 18. Ups. Team Rocket wurde besiegt. So, ein Balk hat uns besiegt. Ja. Team Rocket, so schnell wie das Licht. Den Spruch kennen wir auch schon. Egal. Aber unser ganzes Team ist ziemlich angeschlagen. Wir haben nur noch einen Trank. Wir müssen nachher einkaufen gehen auf jeden Fall. Oh, shit. Tire. Ähm. Das war's. Ich habe keinen Trank mehr. So, dann gehen wir mal weiter. Zubat bestimmt. Ja, klar. Ach, Alter. Zubat, du gehst mir so auf die Nerven. Raus hier. Ich will wenigstens auch noch in dem Part aus der Höhle kommen. Dann beende ich den Part auch. So. Und. Wir sind draußen. Mondberg. Azulia City. Genau vor uns liegt Azulia City. Aber. Azulia City erreichen wir erst im nächsten Part. Denn ich werde jetzt hier mal kurz einen Cut machen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber ein Däufchen nach oben freuen. Und ja. Ich und Pikachu. Pikachu. Sehen uns dann im nächsten Part wieder von Pokémon. Die gelbe Edition. Bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal. Und. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.